Die Worte des Gästetrainers Ja, guten Abend allerseits. Erstmal an diesem schönen Sonntag. Wir haben, glaube ich, 40 Minuten ein sehr gutes Eishockey heute gespielt. Sehr kompakt. Viele Chancen haben uns erarbeitet. Mehr als sonst gegen Bietigheim. Haben auch mehr verhindert als sonst gegen Bietigheim. Das Hinspiel, das war das klasse Gegenteil. Da hat uns Bietigheim an die Wand gespielt. Bei uns hat es einfach geklappt mit dem Score. Insofern war der Sieg heute sicherlich verdienter als der letzte. Insgesamt muss ich sagen, die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Geschlossene Mannschaftsleistung. Die Führungsspieler haben einen tollen Job gemacht. Die Rollenspieler haben ihren Job hervorragend erledigt. So muss eine Mannschaft spielen. So spielt auch eine Mannschaft, die immer noch an sich glaubt und nie aufgibt. Obwohl wir sicherlich in einer sehr schwierigen Phase sind am Ende dieser Saison. Und das macht natürlich Mut und bringt sehr viel Zuversicht für die kommenden Aufgaben. Wir sind froh, dass wir hier die drei Punkte geholt haben. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Und Bietigheim ist mit neun Punkten schon ganz gut aufgestellt. Hat noch einige Spiele, wo sie das alles nachholen können. Und wie gesagt, wir werden in den nächsten Spielen hart arbeiten müssen, dass wir auch nicht mehr Punkte ernähren können. Dankeschön. Frage, jetzt spielst du zweimal gegen Bremenhaven. Wie stellst du das Team speziell ein? Ich meine, zwei Siege von euch gegen Bremenhaven tun ja auch uns gut. Spielt ihr auch noch gegen Bremenhaven? Naja, aber die sind hinter uns. Oder ist was hinter uns? Das ist vor allem, was? Ja klar, wir werden natürlich versuchen, die Bremenhaven alle zu besiegen. Das wird natürlich eine brutale Angelegenheit. Ich meine, aufgrund des Spielplans und da sind wir mal ganz ehrlich, ich meine, acht Spiele nach einer 48-Spiele-Saison und acht Spiele sollen dann über Abstieg und Nicht-Abstieg entscheiden. Das ist im Eishockey eigentlich eine Sache, die ist komisch. Nach oben spielen sie Playoffs, nach unten spielen sie eine Round Robin. Aber gut, so sind leider die Strukturen. Verdient hat es insgesamt, glaube ich, überhaupt keiner abzusteigen. Wenn ich mir die Mannschaften anschaue, zu eng war das Feld während der kompletten Saison zusammen und zu hoch war das Niveau aller Mannschaften. Und insofern wird es für uns natürlich eine brutale Aufgabe, jetzt noch zweimal gegen Bremenhaven antreten zu müssen. Aber auf der anderen Seite haben wir es natürlich in der Hand, selbst in der Hand, was sehr, sehr positiv ist. Und wir werden, wie in jedem Spiel, alles geben. Das haben wir in den letzten Spielen auch gemacht. Da hat ein bisschen das Glück gefehlt. Wir haben immer noch knappe Niederlagen erlitten. Aber die Mannschaft hat sich davon nicht runterkriegen lassen und kommt immer wieder zurück und das ist jetzt das Wichtigste. Ja, vielen Dank. Benjamin, bitte eine Niederlage. Erneut gegen Krimmetschau. Ja, das ist genau der Satz. Noch mal gegen Krimmetschau. Das ist die letzten vier Spiele. Sie haben uns dreimal geschlagen und in jedem Spiel schießen wir ein Tor. Und heute haben wir 28 Schüsse. Nicht Schüsse, Scoring Chancen. Wie kann man nicht ein Tor schießen? Oder zwei. Letztes Mal in Krimmetschau, wie Fabian gesagt, wir haben so gut gespielt. 19 Schoring Chancen in den ersten Dittl gegen zwei. Und es ist 1-1. Und dann nochmal hier, für zwei Monate, das ganze Spiel war 18 Schoring Chancen zu 4. Wir verlieren 2-1. So, you know, der Anfang war nicht gut und war gut von Krimmetschau. Sie haben sehr gut, wie ich gesagt habe, kompakt gespielt. Es ist eine sehr gute Defensive Mannschaft. Sie sind fast immer fünf Mann zurück. Und sie haben die besseren Chancen gehabt. Und ich denke, nach unseren zwei Auswärtsspielen haben wir ein bisschen vergessen, diese Kämpfgeist zu 100 Prozent zu haben. Und natürlich nach 1-0, wir haben ein besseres Spiel gekommen. Zweiter Dittl, Alleingang, zwei gegen eins. Doug Andrews, die vier Chancen in Slot über die Tore. In den letzten Dittl nochmal Alleingang und Chancen von Rebounds. Und ich weiß nicht, ob es ist nur Vollmehr oder nur Peck im Glück. Aber es gibt solche Mannschaften, wo es einfach in harte Zeit zu schlagen. Und ich denke, wir haben für den Punkt zu haben heute. Aber das war nicht der Fall. Und man muss das vergessen. Und auf den Tag denke ich. Dankeschön. Ja, die Kollegen von der Presse sind in der Zahlreich dabei. Von daher gebe ich mal frei für die erste Frage. Frage an Gäste drin, Herr Dallem. Wir haben ja zweimal auswärts gewonnen, wir haben ja wieder auswärts gewonnen, haben Dresden auch gut gespielt. Ist es in der Nachstiegsrunde leichter auswärts zu spielen als zu Hause? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, selbstverständlich erwartet man immer, dass man zu Hause die Spiele gewinnt. Und sicherlich ist es auch so, dass natürlich die Mannschaften, die auswärts antreten, dass sie natürlich immer versuchen, sehr defensiv orientiert, sehr kompakt zu spielen. Möglichst das gegnerische Spiel zu unterbinden. Und wenn man dann eben diesen Druck des zu Hause gewinnen-müssens hat und dann eben einen Gegner hat, der sehr gut spielt und sehr gut seine Aufgaben umsetzt, dann ist es schwer. Man sieht ja natürlich auch an den Ergebnissen im Grün, das sind ja alles relativ enge Ergebnisse und da machen dann Kleinigkeiten den Unterschied aus. Torwart ist heiß, oder das Scoring-Glück ist nicht auf deiner Seite und dann kann man, wie wir es letzten Freitag, einfach nur 1-0 verlieren, obwohl man eigentlich das Spiel relativ gut im Griff gehabt hat. Und so ist es im Eishockey leider, ja. Ich sage leider, so ist es im Eishockey und das macht es auch so spannend und damit müssen wir alle leben. Ich denke, es ist schwer, zu Hause zu spielen. Man muss nicht vergessen, dass Krimmetscher war im vierten Platz in dieser Saison. Aber in Play-Downs, weil du weißt, wenn du verlierst, das kann das sein. Und die Vereins tot sein, sagen wir, in die O-Liga zu gehen. Und das ist ein Negativdruck. Und ich denke, die Mannschaften zu Hause sind einfach nervös, einfach wie das ist. Und sie wollen so gerne gewinnen und keinen Fehler machen, dass du spielst, nicht dein Spiel. Und da hast du weckt, wir waren viel besser in der letzten Titel. Nach 2-0 hinten, aber war einfach zu spät. Und weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ja, für uns geht es weiter am Donnerstag, 20 Uhr. Zu Gast dann die Dresdner Eislöwen. Ich wünsche unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Viel Erfolg in Bremerhaven natürlich. Uns allen eine schöne Woche bis Donnerstag und dann bis zum Halbstahl. Dankeschön.